Litecoin in 60 Sekunden. Litecoin ist eine Kryptowährung, also ein Zahlungsmittel, mit dem ihr online einkaufen und bezahlen könnt. Die übliche Abkürzung für Litecoin ist LTC und Litecoin gibt es seit dem Jahr 2011. Litecoin wurde als Alternative zu Bitcoin entwickelt. Beide teilen sich die gleiche programmiertechnische Grundlage. Litecoin hat allerdings eine kürzere Blockzeit und hat als erste Kryptowährung den Skriptalgorithmus verwendet. Litecoin sieht 84 Millionen Einheiten dieser Währung vor, das heißt mehr als 84 Millionen Litecoins wird es nicht geben. Die durchschnittliche Blockzeit beträgt aktuell zweieinhalb Minuten, das heißt alle zweieinhalb Minuten wird ein neuer Block an die Litecoin-Blockchain angefügt und als Hashing-Algorithmus kommt Skript zum Einsatz. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite litecoin.org oder bei Twitter und Reddit. Das war Litecoin in 60 Sekunden, die Präsentation findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.